U-Porn. Kennen Sie das nicht? Nee. Was denken Sie, was U-Porn ist? Wir möchten gucken, ob Politiker nur reden können oder ob sie es auch schaffen, mit ihren Händen was Konstruktives, Konkretes herzustellen. Heute machen wir... U-Porn. Musikinstrumente aus Müll. Oder basteln Sie nicht gerne? Musikinstrumente. Ja. Ich bastel äußerst ungerne. Wir basteln eine Trompete, hier ein Trompetenmundstück oder ein Kerzenständer für eine sehr kleine Kerze. Ja, das muss aber eine sehr kleine Kerze sein. Ja, aber so nur ein Docht und ein Molekül. Ich würde das so rum machen. Ja, genau. So rum. Stecken wir das rein. Bringen Sie da einen Ton raus? Ich glaube schon. Nein. Doch. Na ja, los. Das ist mir ein bisschen schwindelig. Dann Gaffer-Tape. Das sind Sie nicht so erfahren mit dem Gaffer-Tape. Haben Sie Kinder? Nein. Weil Sie das so gut können. Was machen Sie denn mit Ihren Kindern mit Gaffer-Tape? U-Porn. Ah, Sie können das ja wirklich nicht so gut. Das stimmt. Soll ich Ihnen helfen? Das muss jetzt reichen. Aber wenn Sie mir helfen wollen, das ist so wunderbar. Ich lasse mir so gerne helfen. Super. Mir ist aufgefallen, dass die FDP-Politiker alle so übertrieben attraktiv sind. Gerade im Kontrast zu den anderen Parteien. Jetzt meinen Sie mich, das finde ich so toll. Ich meine auch Sie. Aber ich meine vor allem... U-Porn. Sie sind ja ein absoluter Schambolzen. Ist das wahr? Ja, ich finde schon. Mein Besuch hat sich schon gelohnt. Ja. Für mich auf jeden Fall. Mein Tag ist gerettet. So, und nun? Ich nicht. Jetzt können Sie mal versuchen, einen Ton zu spielen. Sie müssen so... Ich glaube, das ist gemogelt. Super. Das klang ein bisschen wie... Wie ein sich schnäuzender Delfin. Wir basteln eine Rassel für... U-Porn. Dafür brauchen wir... ...ein Überraschungsei. Das dürfen Sie auch essen, wenn Sie möchten. Ja. Wir brauchen nämlich nur diese innere Boje. Essen Sie Süßigkeiten? Gerne. Für mein Lieben. Echt? Hätten Sie gerne das... Vor allem die Schokolade mit Nuss und ein Glas Milch. Mit Hazelnut oder was ist das? Mit U-Porn. Hallo, Mama. So macht man das. Man nimmt eine... Wie nennt man das? Eine Boje? Eine innere... Hallo, Mama. Also dieses Ding im Überraschungsei. Dann füllt man das mit Linsen. Zwei Löffel. Mein Kleber hält nicht. Ich nehme das andere. Also grün hält nicht. Hallo, Mama. Ja, das haben Sie jetzt nur so behauptet. Das stimmt tatsächlich. Hält nicht. U-Porn. In Schleswig-Holstein waren die Grünen doch besser als die FDP. Was haben die besser gemacht als Sie? Hallo, Mama. U-Porn. Das ist eine gute Geschichte. Die haben bei der letzten Wahl nur mal 5% verloren und wir haben 3,3% zugelegt. Das haben sie besser gemacht als wir. U-Porn.